München ist die größte Stadt in Bayern. Die Gründung Münchens geht auf das Jahr 1158 zurück. München ist die Heimat vieler nationaler und internationaler Behörden, großer Universitäten, großer Museen und Theater. Seine vielen architektonischen Attraktionen, internationalen Sportveranstaltungen, Ausstellungen, Konferenzen und Oktoberfest sehen jährlich einen bedeutenden Tourismus. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in München, aber einige der beleibstesten sind Marienplatz, Olympiapark, Schlotz Nymphenburg, Englischer Garten, Allianz Arena und der königliche Palast der Residenz.